Hallo ihr Lieben, herzliche Grüße aus meinem Büro an euch. Nun ist es der dritte Tag der Kontaktsperre. Das öffentliche Leben ist nahezu zum Erlegen gekommen. Das Leben findet jetzt mehr oder weniger in den eigenen vier Wänden statt. Das birgt manche Herausforderungen, manches Problem. Ich denke an die Familien. Zusammen sind sie meistens am Wochenende, am Sonntag oder an Feiertagen wie Heiligabend und nun, über Wochen hinweg, einen Großteil des Tages zusammen im Haus. Ich denke an diejenigen, die alleine leben und die ihre Einsamkeit wahrscheinlich noch schmerzender erleben, als es vorher ist. Keine Treffpunkte mehr außerhalb der vier Wänden, alles abgesagt. Wie können wir damit umgehen? Mein Wunsch ist, bleibt aktiv. Bleibt in Kontakt miteinander. Als Kirche läuten wir jetzt immer am Mittag um zwölf und abends um 18 Uhr unsere Glocken. Als Zeichen, wir sind nicht alleine, wir bleiben miteinander verbunden. Wer mag, kann gerne ein Gebet sprechen. Ein Vaterunser und mir sagte gestern jemand am Telefon, ich stelle mich immer ans Fenster und lausche euren Glocken. Es tut gut. Gute Klänge, gute Nachrichten zu hören. Wir sind nicht alleine. Es ist auf einmal viel mehr freie Zeit, die einem bleibt. Meine Idee? Nutzt die Zeit für menschliche Kontakte. Geht doch einfach mal in eurem Kopf durch, mit wem würdet ihr euch gerne mal wieder unterhalten, wen anrufen, den man lange nicht mehr gesprochen hat. Ich glaube, alle sitzen jetzt im gleichen Boot und es gibt genügend zu erzählen. An die Jüngsten? Ihr seid jetzt ganz besonders für Oma und Opa da. Manche Senioren sagen mir, ja, aus Schutz müssen wir jetzt darauf verzichten, unsere Enkel zu sehen. Malt für sie was. Bastelt was für sie. Schickt ihnen Fotos, Videos. Ruft sie an. Sie freuen sich. Das tut ihnen gut, von euch am Puls der Zeit gehalten zu werden. Und Sie, liebe Großeltern, vielleicht können Sie Ihre jüngsten Enkel abends anrufen, am Telefon oder per Skype eine Gute-Nacht-Geschichte, ein Märchen vorlesen und hoffentlich gute intensive Momente miteinander erleben. Diese freie Zeit nutzen wir Sie für Kreativität, für ein verstärktes, vertieftes Miteinander. In dem Sinne, bleibt behütet, euer Paul Henke. Vielen Dank.